LoLXD Ja, mein Headset passt dafür I am electric I am electric 1044er fahren mit großem Tempo weiter Okay, ja 1044er fahren mit großem Tempo weiter Das ist ja ne Autobahn Da darf man sowas Aber trotzdem der Hoherer Der ist echt verdammte Scheiße Wenn ich den besiege Und dann zu einer Niederlage Zwinge Ich gehe nach rechts, nach rechts Alle Verfolgereinheiten 1044 unter Kontrolle halten Hallo 100,7 Kilometer Der rast ziemlich gut ran Aber Natürlich die schweren Most Wanted Rennen Die schweren, gegen Nummer 3, gegen Nummer 2 Jetzt, gewillig vom ersten Mal Was ist das für ne Verarsche Aber gegen die einfachen Most Wanted, gegen Nummer 10, gegen Nummer 9 Wie oft durfte ich das fahren Ha, geile Scheiße Jetzt war nur mir eine Warum die ganzen Die ganze Mitte hat so gebackt Und jetzt habe ich die Auflösung Minimal abgeändert Ich glaube viel mehr Auflösung wäre da auch nicht gekommen Hätte ich die auf 1080p geschraubt Und nicht auf 1050p Okay Vielleicht kommt es einfach wegen der scheiß Auflösung Vielleicht ist das Spiel darauf nicht abgestimmt Was weiß ich Das sagt mir jetzt ja gar nichts Und tot Na Also im reellen Leben wäre es jetzt Äh, platt wie Flunder Aber hier im Spiel ist das ja kein Problem Wie es scheint Es geht sogar locker Ein was, ein Rastafari? Eine Rastamann-Suche? Eigentlich soll ich jetzt zum Land Rover wechseln Ja Und schon wieder Lass deine Source mit zu Da habe ich gerade so eine Playlist zum Suchten offen Mit der ich nachher Alle Einheiten, Achtung für den Noch so eine Riesen-Smart-TV Ähm Äh, Crysis 2 zocken wir alle? Ich weiß nicht Ne, natürlich ist es in-game So Nein, mir sind Mir ist eigentlich alles Wayne Im Moment Ich will nämlich den Paganich Huayra Den hoch modden Klar, der hat auch wenig Chance Sonst ist ein Bugatti Veyron Nöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Aber egal, lass Dinosaur Zoom. Ähm. Oh, falscher Wagen. Schlechtes Zielen. Jetzt hat der mich gecrashed, natürlich. Wow, 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 wow. Jetzt los, Zipaga. Äh, Pagani. Pagani soll nicht ziehen. Pagani, hierbleiben. Stehenbleiben, Pagani. Äh, Zipugati. Den kriegen wir. Oh, in zehn Jahren nicht. Wenn ich so weiterfahre. Oh yeah, Niederlage. Haha. Okay, jetzt ab zu Easy Drive und meinen neuen Pagani holen. Haha. Ja, ich krieg ein bisschen böse, ich weiß. So, Pagani Huayra. Fairhaven. Na, ich nehm Fairhaven West zum Wagenspringen. Ich fahr doch nicht. Crash noch mehr unnötige Zivilisten. Beziehungsweise Unschuldige. Na, 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 na ist ein History. So, warum kann ich das Rennen einfach starten? Ich bin jetzt mit einem anderen Auto gefahren, warum kann ich es einfach so starten? Weil das ist doch irgendwie sinnlos. Man kann doch mit jedem Wagen neu hinfahren, ne? Ja, ist nicht mein Problem und warum ist bei mir Steam im Hintergrund irgendwie aufgeblinkt. Ja, das Intro kennen wir nur zu gut, okay. Okay, zu diesem Rennen brauchen wir wirklich nicht hinfahren. Joa, meine Bestleistung. Der Pagani-Wirei ist gar nichts im Gelände. Nein. Halt das da vor mir, ist das jetzt ein... Weil in Need for Speed Rivals, ich kann davon nur schwärmen, weil das Spiel ist schon ziemlich geil. Allein vom Aussehen her. Und so geiler als das hier und von der Anzahl der Crashes. Ja, und so ein Scheiß. Ne, auf jeden Fall. Ganz klare Sache. In Rivals ist ja ein Ferrari. Das erste Mal ein Ferrari ist mir gestern aufgefallen. Ja, ich habe genau hingesehen, es ist ein Ferrari. Ja, kaum zu glauben, es ist einer. Ja, und mit dem Wagen hier das Rennen... Das ist auf jeden Fall kein Driftwagen. Wo ich jetzt vielleicht noch beim Porsche oder so sagen hätte können. Ja, mit dem kann man Drift hinlegen. Ne, garantiert nicht mehr mit dem hier. Position 3, Position... Aber was heißt hier jetzt Checkpoint verfehlen? Jetzt nie ernsthaft? Nein. Nein, oder? Will ich mich jetzt das Game verarschen? Ich bin doch durch den Checkpoint gefahren. W-w-w-w-w-wat soll ich denn verpasst haben? Ich check es nicht. Ja, jetzt überspringt das Intro... Äh, grüne Männchen, grünes Gras, was weiß ich. War ruhig nett. Darauf kann ich auch verzichten. Aber das ist der Alfa Romeo irgendwas Konzept. Der fasst genauso aus. Okay. Rust Gutenberg meldet sich wieder. Wollte ich nur hinzufügen. Und Hust, die Mauer meldet sich auch wieder. Jung, Jung. So, den hier habe ich. Und jetzt auch noch Aventador. Wunderbar. Ausrollen lassen und ausbremsen. Yay. Läuft doch. Hey. Die Runde läuft es... Läuft es eindeutig besser. Aber mich verpasse ich diesmal den Kontrollpunkt nicht. Meine Güte. Zentrale Einsatzleitung und neue Taktikzeuge im Auber. Naja, jetzt habe ich den ja bekommen. Und jetzt sind wir alle glücklich. Munter und froh. Ja, oder auch nicht direkt. Weil die düsen mir jetzt davon. Danke, lieber Scheißkopf, ne? Gracias, oder sowas. So, jetzt jag ich dich. Pfff, das ist mal eine klare Aussage von den Cops. Das ist mal eine gute... Das ist genauso wie... Hm, ja, wir wollen Demokratie, Weltfrieden und alles. So in etwa wirkt es auf mich. Wir wollen diese 1040er schnappen und nicht verheben, zerstören. Nein, nur Dritter. Nein. Ich will keine SP. Ich will Nitro. Mann. Ja, dann gleich weiter. Event wiederholen. Ich weiß gar nicht, wie die mich überholen konnten. Ach, das nächste Mal nehme ich einfach die andere Route, die gekennzeichnet ist da, die ja vielleicht kürzer sein mag. Aber man wird ja nie schlauer. Ja, einer der wenigen Wagen, der wirklich schneller ist als ich, ist ja der Kollege da vorne. Oder der, sein Schein, weil den habe ich ja noch vor dem hier abgefertigt. Wisst ihr noch? Na, letzte oder vorletzte Aufnahme. Ich glaube sogar letzte Aufnahme. In den letzten paar Folgen. Etwa Part 26 oder so dürfte es sein. Und ja, hier sind so viele Raser. Dass du mit einer Hand nicht mehr weiterkommst, wenn du die andere am Lenkrad hast. Na, nichts gibt es hier mit wegcraschen. Mit wegboxen. So, aber diese Unterstützung bringt mich nicht mal wieder von der Fahrbahn weg, dass ich die crashe. Weil das ist jetzt die Assigkeit hoch 10. Gewesen, letztes Mal. Ist das schon die Maximalgeschwindigkeit? Oder hat sich die Beschleunigung irgendwie verfangen? Oder whatever? Ja, nee. Ich werde meinen Kurs jetzt auch nicht mal so kurz ändern, ne? Übrigens. Oh, You Don't Say. Die halten mich an. Warum bloß? Die Hase halten nicht an. Wir müssen sie stoppen. Ah! So kurz vorm Ziel. Und doch so fern Assigkeit. Level Maximum. Ja. Na gut, ich nehme doch die andere Rude und gebe Vollgas. Weil irgendwie scheint mir das Rennen schwerer zu sein als leicht. Oh. Hier war jetzt eine optische Täuschung. So aus Steam abgeschaltet im Hintergrund. Das nervt mich einfach. Das Zeichen. Bei der Beschleunigung ist das Einzige, was dem Wagen hier fehlt. Und, naja, Lenkung ist das Einzige, was mir fehlt. Vor allem, wenn ich den Finger vom Joystick wegnehme. Weil sich das Kabel meines Headsets in meinem Controller verfängt. Yay. Sehr plausible Erklärung. Boom. Natürlich. Wir wollen ja nicht verhaven zerlegen. Was habt ihr gerade gesagt? So vorhin oder so, ne? Wir wollen ja nicht verhaven. 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 Vielen Dank.